Hi ihr Lieben, ich wollte heute mit euch noch ein What's in my Bag machen, ein aktualisiertes. Das habe ich schon echt lang nicht mehr gemacht und die letzten What's in my Bags beinhalteten Windeln. Jetzt ist es so, dass ich aktuell eine Tasche für mich alleine trage und die Wickeltasche unten im Kinderwagen habe mit den Sachen für die Kinder. Manchmal habe ich ein, zwei Sachen von den Kindern noch bei mir in der Tasche, das bleibt nicht aus, aber momentan ist es wirklich so, dass es in der Regel meine Sachen sind. Fast nur meine Sachen. Moment, ich mache die gerade mal hübsch. Sieht nämlich viel besser aus, wenn die zu ist. Nicht erschrecken. Ja, sie ist pink. Also in real sieht sie eher so wie hier hinten aus. Durch das Licht leuchtet sie halt echt extrem neonfarben. Ja, so. Das ist sie auf jeden Fall. Alexander Wang Rocky Bag. Ja, das ist sie mit vier Reihennieten. Die ist von der Größe her so wie die Speedy 25. Und für mich als Mami-Tasche mit dem Crossbody echt super. In der Regel trage ich sie Crossbody oder hänge sie dann über den Kinderwagen, wenn sie mir zu schwer wird, aber eigentlich ist das kein Thema. Dann fangen wir mal an. Ich nehme euch gleich mit runter, dass ihr auch seht, was ich da rausnehme. So, jetzt seid ihr hier unten. Also, was man dazu sagen muss, ich weiß, dass sich viele Leute, die diese Tasche haben oder sich überlegen, sie zu kaufen, beschweren beim Anziehen beim ersten, dass der Reißverschluss schwer auf und zu geht, dadurch, dass der hier oben so rund verläuft. Also, bei der Rocco, bei der großen ist er ja hier gerade oben, hier oben an dem höchsten Punkt. Bei der Rocky und bei der Mini Rocky ist es so, dass der von hier hinten hier hoch verläuft. Allerdings muss ich sagen, dass dadurch, dass die Tasche so klein ist, das eigentlich echt eine saugute Idee war, weil man kommt wirklich überall sehr gut dran. Also, die Lasche geht schön weit auf. Ich kann das sogar hier noch ein bisschen weiter aufmachen. Und dann kann ich das bis hier hinten, wo die Tasche ist, so nach hinten klappen. Hat natürlich den Vorteil, dass ihr nicht das Problem habt, wie bei den meisten kleinen Taschen, dass oben das sehr begrenzt ist. Das heißt, ihr könnt auch wirklich Gegenstände, die so tief sind, da ohne Probleme reintun, wenn ihr den Platz habt. Also, wenn die Tasche nicht gerade voll ist, wie meine jetzt. So, dann fangen wir mal an mit dem, was oben liegt. Also, so sieht das dann jetzt aus. Ich fange, glaube ich, einfach mal mit dem Hauptfach hier an. Also, da habt ihr schon gerade gesehen, hier oben drauf. Das ist eine Mütze von meiner Kleinen. Die ist jetzt fünf Monate alt. Und dann mein Schlüssel. Schlüssel-Litui, da habe ich hier diesen Six-Ring-Key-Holder von Louis Vuitton. In dem Monogramm-Muster mit dem rosa Innenleben hier. Dann als nächstes eine. Ich mache das hier mal runter. Eine Handcreme. Also, ich habe das Ganze, vielleicht sieht man das, so aufgebaut, dass ich hier meinen ganzen Kram versucht habe. So in einer Reihe immer. Und hier sind die kleineren Sachen, die da los so rumfliegen, wie mein Schlüssel-Litui, meine Handcreme. Ups. EOS-Handballen. Dann haben wir hier noch drin. Einmal ein Hand-Sanitizer. Den habe ich vor Urzeit mal geschenkt bekommen von Bath & Body Works. Japanese Cherry Blossom. Dieser welchige. Das ist alles noch auf dieser Seite hier. Ähm, Ru, Ruba, Matcha, Maka, Energy. So ein Riegel. Dann, was haben wir hier noch? Frauen-Kram mit, ähm, Hygieneartikeln. Ein Lip-Balsam von Balmy. Da ist auch nicht mehr viel Balmy drin. Dann liegt hier noch so halb oben drauf. Die, äh, Sonnenbrille mit Stärke von meinem Mann. Das ist eine Oakley. Dann, ah, das sucht er wahrscheinlich schon. So ein Pinnüppel. Das ist von seinem Handy. Neh ich mal zur Seite. Von unten, der hat an seinem iPhone 6 so eine Hülle, ähm, das ganze Teilchen nicht kaputt geht. Dann, jetzt hier hinten, als erstes in der Reihe. Hier ganz hinten. Habe ich ein sehr dezentes, ähm, Stifte-Etui. Ja, einfach nur, äh, Kuli und ein paar farbige Stifte. Meinen Kalender zu markieren. Dann, also ich mache jetzt von hinten nach vorne. Habe ich hier, das habe ich mir mal bei Davanda bestellt von Simply Needles. Hier, ähm, aus Brausepulverpackungen. Da habe ich so, ähm, Gutscheine, ne, Gutscheine. Und diese, also ihr Mamas, ihr kennt das wahrscheinlich, man kriegt immer so zig Millionen Coupons. Ähm, hier von Babywelt, Rossmann und von dem DM geschickt, wenn man Mami ist. Dann mein Terminkalender. Das ist die, ähm, PM-Agenda von Louis Vuitton in Damier-Eben. Das ist, äh, entspricht Größe A6. A6? A6. Dann hier meine Mini-Pushet. Da habe ich so den wichtigsten Mind-Kram drin. Ähm, gehe ich da durch. Ich glaube, ich mache euch da ein extra Video zu, wenn euch das interessiert, was da drin ist. Aber im Prinzip habe ich da so ein paar Pflegeartikel. Was ganz toll ist, mein, ähm, Taschenhaken hier. So eine Handtasche aufhängen. Nagelfeile, Zahnseite, so ein Kram. Wenn euch das interessiert, lasst mir mal einen Kommentar da. Dann habe ich hier mein Portemonnaie. Das ist die Zippy Coin Purse von Louis Vuitton. Und dann die Asyl. Sieht man da irgendwas? Moment. So. Also so sieht das dann von innen aus. Hier, also ich falte meine Scheine einmal, dann kommen die hier rein. Hier sind die Münzen, Rechnungen und die Karten. Dann, im Hauptfach ist dann nur noch, ähm, eine Haarnadel, die irgendwo rausgefallen ist. Und eine Rewe-Rechnung. Dann, die auf der Seite hier. Ich drehe das mal. Ähm, so zwei Taschen. Hier habe ich mein Handy drin, aber mit dem filme ich gerade. Hier habe ich dann, also ich muss dazu sagen, die Lipton-Produkte sind fast nur Sachen, die ich endlich aufbrauchen möchte, die ich hier drin habe. Weil ich die, ähm, schon Ewigkeiten habe und sehe, und das Gefühl habe, ich muss sie einfach mal platt machen, weil sonst kann ich sie wegwerfen. Und zwar einmal diesen Instant, ähm, Light Natural Lip Perfector von Clarins. Dann gibt's auch gar nicht mehr zu kaufen, so alt ist das schon, Magma Fusion Lipgloss von Thierry Muggler. Also, oder Muggler, der hier das Alien-Parfüm und so weiter macht. Dann ein uralter, ähm, Concealer von Maybelline. Maybelline, der Löscher. Dann, äh, ein Matt-Lippenstift von MAC in der Farbe Evening Buzz. Das ist hier so ein Violett-Stein. Also, ich glaube, eigentlich so ziemlich wie mein Finger, wie mein abgewetzter Nagellack. Dann noch ein Cream Supreme in Royal Azalea, auch von MAC. Das ist so ein ziemlich kühles rosa-pink. Dann haben wir das alles. Da ist gar nichts mehr drin. Und auf der anderen Seite ist hier noch ein Reißverschlussfach. Da haben wir einmal, ähm, meinen, äh, Spargeldbeutel, sag ich mal. Da ist, ja, Kleingeld und sowas. Dann hab ich hier, ähm, ein Schlüsseletui. Ähm, ich hab da meine ganzen Karten drin, die ich nicht so häufig benutze. Wie zum Beispiel die, äh, Krankenkarten von meinen Kindern. Meine ADAC-Karte. Ähm, hier zum Beispiel für das Vivarium bei uns. Eine Karte, die Jahreskarte. So Sachen halt. Die hab ich hier drin. Sind jetzt drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, vierzeit, fünfzeitze Karten. Und es lässt sich noch ganz locker schließen. Dann hab ich hier noch drin Visitenkarten von der Kanten von mir. Die ist Fotografin. Und hier sind meine drin. Ganz dezente Sologramm, ähm, Täschchen. Das hab ich mal beim H&M, glaub ich, gekauft. So, das war's hier mit dem Innenleben. Dann hier an der Seite gibt es noch zwei Reißverschlüsse. So versteckte. Ähm, einmal in dem hier habe ich... Bitte, meine Kopfhörer. Die hab ich hier mit so einem Haarklip zusammen gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite... Habe ich nichts. Gar nichts. Ja. Dann war's das mit dem What's in my Bag. So ihr Lieben, also ich hoffe, euch hat mein What's in my Bag gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ähm, oder Videoanregungen, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wie gesagt, wenn ihr, ähm, wissen wollt, was ich hier drin mit mir rumschleppe, dann schreibt mir auch gerade einen Kommentar in die Kommentare. Einen Kommentar unten hin, da würde ich mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.